Da krieg ich sie echt, wenn du das durchgespielt hast, Moschee Moschee Hallo Ja, ich hab jetzt kein Zeit für so einen Scheiß, tschüss Das sind so dreist Mich nennst du dreist? ähm, am besten sagt man eigentlich zu zweiter gleich ein Dings, gell, ob sowas, glaube ich, aber ich schaue, wie glaube ich, oder? Mal schauen, ob ich so denke. Vielleicht, ob ich so denke. Ich gehe hinten. Ich mache hinten auch. Aha! Ich werde mich jetzt voll in die Kanten fallen. Ah! Da hinten schaut noch relativ gut aus. Gut, gar unten scheint frei zu sein. Aber du hörst. Ob das jetzt noch mal nach dem Blick kommt, dass ich her schauen kann. Ah, okay. Gut, ich hacke meinen Hohl und bin fertig. Ja. Weil kann ich jetzt das Ding aussitzen? Was? Das Ding auf B. Ach so, ein Herzschlagsensor. Ähm, immer wenn du zielst und der gerade ausgerüstet ist, dann halt her und dann halt zielen einfach. Und jetzt siehst du sozusagen, der Oma mit deinem Rad auch, außer in bestimmten Winkel. Du musst aber auch nicht auf die... Ja, genau. Aber das hast du schon. Nein, das ist der Gegner, der dir anzeigt wird. Der da zwei Meter neben dir ist oder so. Ja, im Rad auch, siehst du ihn doch. Du kannst aber übrigens deinen Laser-Pointer auch schalten, gell. Du kannst aber nicht mehr zielen mit nach unten, schon ein Kreuz. Du kannst aber nicht mehr zielen mit nach unten. Du siehst halt nix mehr, wo er sitzt. Bist du unten? Ich bin unten, ja. Ah, ich sehe den Typen gerade. Ja, lock den Typen auch sehr am besten. Mach ein bisschen Radar draußen. Wenn sonst noch zu zweit, geh auf ich. Boah, da sind ja wieder zu zweit da unten. Super. und er hätte er dafür aber auch noch nie ein wir können das sind genau zeigt er ist es auch wieder das war achtet mit dem in der hohe ich bin so jetzt mal das ist ja auch noch wenn er von mir kommt Ja, warum ist denn da noch so? Hat der mich doch unterbrochen? Du hast aber schon das, äh, hinten gehabt, oder? Ne Frage. So, nix da. Hab ich da davor, abbrochen. Mal wieder. Warum mal wieder? Machst du, gell? Hat der denn nicht einer abgeschossen? Ja, der der dann auch. Ja, natürlich. Bisschen. Na, ich war jetzt positiv von mir überzeugt. Naja, nein. Ja, ich mach jetzt dann, äh, Sauna. Ja. Ich mach jetzt, ist fertig. Ich komm eigentlich gleich neben dir aus, glaub ich. 4, 3, 2, 1... Scheiße, so ist das wirklich so Sachen. Was ist denn da, äh, Medikit? Direkt neben, äh, äußeren Ziel. Was ist denn da für Heffern неё? Kann natürlich so was sein. Häih nicht Fleisch aus, ne. Kann sich selber über den Heffer schossen? Bitte? Äh, das sind die Dampfdinger da unten. Da kann man ja Zahm schießen. Die Re efendim. ности? In keinem Stift ist auch noch einer. So, jetzt ist da offen. Jetzt renng ich mal unten. Warum sollen denn denn das immer noch runter losieren? Doch. firstll. Da gibt es ja jetzt bei kurz und da kann alles mal vor. Also, und? Kennst du das? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Oben ist sie am äußeren Ziel, oder? Was ist das äußere Ziel? Am äußeren? Äh, ja, das Gartenziel halt. Der da? Der da an mir vorbeikommen ist gerade. Was ist denn das? Du schaust da ab? Boah, Kamera ständig geschlossen. So. Also, ich geh jetzt, äh, oben entlang, und schau, dass ich eh komm. Nein, der steht noch nach vorn. Ähm, du kannst sagen, der ist gerade nicht da. Ist schon unten, oder? Jetzt gleich... Na, ach so, nein, ich bin oben. Na, so schön, ich bin eh. Ah, oben ist gerade am Astergrenzen. Das rechte Salma zieht, das ist, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich mag bloß gerade, schnell ein bisschen. Ha! Ha ha! Nuller! Da sieht's passt, ich bin oben entlang. Ich komm bloß gerade noch nicht. Ha ha! Da geht's noch nicht. Ich wohne aber, wie ich gar nicht gekommen habe, da will. Ah, jetzt komm der zu. Da wir sein. Der war drastend, da darf er zuerst gekommen, wenn ich gleich spiele. Ja, der ist jetzt in einen anderen Sauna da reingegangen. Hast du da einen angeschossen? Nein. Unten rennen ein paar zwei am Land, oder was? Was? Der war geil! Was? Ich über den Abzug drehen und drück auf den Knopf und dann sich gegen die Zorn und sich über Erd und die Tieren rennt. Ich mach's alles, der jetzt sieht oben. Hat er bei mir renkt, oder? Aber schau nicht, dass die denn hinterherkommen. Wer hat der andere? Der wohnt nicht. Achso, du musst außen. Ja, mach außen. Da ist einer scharf auf dich, oder? Ja, es ist eben ruhig sauber, dann kommst du da eine Grunsch machen. Ah, der ist so irgendwo. Ja, lustig. Ja, vor allem, der untere kommt halt auch nicht auf. Oh, der andere Aufzug ist ja kummer. Oder war das deiner? Warte, hast du uns da auch gehackt? Ja, außen fertig. 2, 7 noch. 3 Minuten. 1. 2. Knoten 3 4 4 Max 9 13 3 4 Joach- Ach geil, ist ein Wichser, weil er ewig das Ding nicht weg hat. Naja, er ist jetzt ewig mit der Knarie aufeinander genannt. Und dann wollte er Granaten schmeißen und dann hat er statt der Granaten geschmissen und geschossen. Vor die oberen, das linke Ziel ist zu 50% fertig. Nein, über 50%. Okay, wieder ledigt. Und ich schmeiß mir gleich ans Rechte. Nein, ich mach's Rechte. Weil ich bin jetzt nämlich gerade richtig. Ich steig gerade so gut. Ja, was mir jetzt das letzte Mal erstacht kommt, ist, dass ich ja, wenn du Oma bist, Nosefiel eigentlich gar nicht da für den Dirn hängige. Ja, ja. Da kannst du ja so von der Seite ein. Ja, das hab ich jetzt gerade gemacht. Das sehe ich jetzt, weil der steht irgendwo im Hauptgang. Ich weiß aber nicht, ob der... Echt? Oben ist er da unten? Na. Warte mal, ich schau mal schnell. Irgendwo ist keiner. Nein, jetzt wird er mir gar nicht mehr gezeigt. Ich weiß, dann kann ich das Ziel da machen. Wir müssen schauen, dass wir halt eventuell vielleicht für beide... Ja, mach das andere, wir haben das nämlich eh. Könnte ich wie man es wahrscheinlich schaffen. Dann macht der Ruck dann ja schon lieber mir im Raum. Ja. Ja. Das war es nicht zu 50%, das war ja schon 90%. Ja, ja. Aber was mich jetzt da aufregt... Du musst da alldrucken, dass der auch benutzen wird kann. Aber wenn ich da voll alldruck, dann rendere... Und dann rendere aufzeigen. Ja, ich weiß schon, wie du das machst. Ich mach so, ich drück's dann dann... Also ich mach... Dass der Stick sozusagen ein bisschen nach hinten fliegt. So zack, zack, schnell. Und dann dreht er sich natürlich wieder weg. Ja, ich drück die ganze Zeit volle Kanone. Ja, du... Was er ja auch tut. So, schau her. Sack, schnell. Das ist analog. Das ist analog. Das ist analog, das ist wohl.